Hose und Hose, das ist eine Definition. Ich werde Ihnen sagen, was meine Definition ist. In der Hose fragt der kleine Junge seinen Vater, was ist das Papa Hose und Hose? Hose, das ist Champagner, Mercedes, schöne Frauen. Und die Hose, mein Liebster, das ist die U-Bahn, ein Glas Bier, deine Mama. Haben Sie Wirtschaft studiert? Wollten Sie schon immer an die Börse? Ich habe Wirtschaft studiert, aber mein Diplom ist versteckt. Und ich schaue es mir nicht einmal an. Denn Wirtschaftsdiplom ist nicht null, sondern negativ. Was war an der Uni? Volkswirtschaft lernen ist absolut Nonsens. Nicht null, es ist negativ. Die Professoren sahen hinter meinem Rücken, natürlich, Sie kommen zu meinen Vorträgen, in der ersten Reihe sitzen. Aber hinter meinem Rücken sagten, der Kostolan ist doch ein Scharlatan. Ich sagte, ich weiß es, dass man sagt. Aber lieber bin ich ein guter Scharlatan als ein schlechter Professor. Und damit habe ich es. Ich selber verfolge auch jeden Tag die Börse. Und ich arbeite sogar ehrenamtlich noch ein bisschen, um an der Börse den einen oder anderen Tipp zu geben. Und ich weiß nicht, ob Sie mal Gelegenheit hatten, Sie leben ja in Paris, das zu sehen. Ich möchte es Ihnen gerade mal zeigen. Unsere Börsentipps für unsere Zuschauer. Ja, die Börse reagierte zunächst einmal verschnupft auf die Ankündigungen der Deutschen Bank hier, was dazu führte, dass einige Anleger große Gewinne machten und andere große Verluste. Das Ganze regelt sich dann etwas, als man hier in Frankfurt erfahren hat, dass es ja auch noch Börsen in New York, in Tokio und in Singapur gibt, die es nicht nur gibt, sondern die auch noch aufmachen. Und dort ist überraschenderweise der Dollar mal stark, mal schwach. Das wieder dazu, dass einige Experten hier geraten haben, die guten Aktien zu behalten und die schlechten zu verkaufen. Ich sehe gerade, hier gibt es Neues vom Rentenmarkt. Das ist der schwarze Freitag, der an Börsen immer mal wieder auftauchen kann. Danke Freitag. Und auch auf dem Rentenmarkt sieht es eigentlich aus, dass es die Sau graust. Das war das Erste. Zurück in Julio. Ein kleiner Tipp. Haben Sie denn Börsenmakler, die für Sie arbeiten? Ich habe mehrere, ich habe viele, aber Sie dürfen mich nicht anrufen. Nein. Ich rufe Sie an. Ich habe die Maklers verboten, mich anzurufen. Und besonders, wenn Sie mir meine Siesta stören. Ja. Und noch besonders, wenn Sie mir einen Krach annoncieren, dann arbeite ich nicht mehr mit Ihnen. Sie dürfen mir keine Nachrichten bringen. Ich bin ein permanenter Optimist. Obwohl ich große Watschen in meinem Leben schon bekommen habe. Aber woher sollte ich die Erfahrung haben, ohne Watschen? Wann war das so der letzte große Crash, wo Sie sagen, oh Gott, das hätte ich vielleicht... Ja, für Sie persönlich. Es war ein Crash für mich, aber ich habe nichts gemacht. Ich habe es überschlafen. Ach so. Ich bin ja sehr getrennt dazu, wissen Sie. Ja. Ich muss nicht Schlafmittel nehmen. Ich muss nur mein Hörgerät aus dem Floor nehmen. Und dann bin ich schon nicht mehr. Nein, nein. Es ist schon eine sehr böse Sache, die Börse. Und dann natürlich, ich bin auch ab, glaube ich, sehr wenig. Das muss jede Börse anderer sein. Denn so sicher eine Sache ist, so schön aufgebaut, mathematisch, logisch, und trotzdem ist es anders. Und dann sagt man, ich habe Pech gehabt. Ja. Kein Glück. Und wenn man das Wort schon Pech ausspricht oder Glück, dann ist man schon aberglaubig. Ich bin auch froh. Ich bete abends und bete morgens. Ich war heute schon im Dom und habe eine Kerze angezündet. Hier bei uns in Köln. Und aber, glaube ich, was heißt das, dass man irgendwie auf Holz klopft? Das ist irgendwie mal das Schicksal. Ja. Das Schicksal. Und, wie Sie, es ist so, der Abendmahl ist einmal richtig, einmal nicht richtig. Es ist so, wie in einem alten ungarischen Witz, wo man fragt, was ist das? Ein konsequenter Mensch oder ein unkonsequenter Mensch. Ich sage, ein konsequenter Mensch sagt, heute so, morgen so. Und der Unkonsequente, heute so, morgen so. Das ist so. Aber genau so. Also Sie haben da keinen Talisman, oder das Sie sagen. Oh, Talisman habe ich viele. Und sogar bei mir, da hängen einige. Und da in meiner Tasche habe ich einen heiligen Antonius aus Padua. Es wurde zweimal gesegnet. Einmal von dem Papst Johann der 23. und einmal von dem Erzbischof von Paris, Cardinal Lustiger. Und da ist ein kleiner Antonius drin. Den habe ich immer. Immer. Und wenn ich ihn manchmal verliere, bin ich sehr unglücklich. Aber er bringt Glück. Und ich finde ihn auch wieder. Hauptsache, man glaubt dran. Ja. Aber andere kommen hier. Und zwar. Zum Beispiel. Ja. Sehr oft spricht man von Krach. Krach. Ja. Ich sehe, da muss man definieren, was man Krach nennt. Ja. Was ist das Krach? Das ist ein Wort, was nicht synonym, sondern imitiert das Wort Krach, wenn etwas kracht. Zum Beispiel, schauen Sie, sehen Sie das? Das ist ja klar. Und dann muss ich die Geräusche. Schauen Sie. Und dann nehme ich so eine Scherbe. Ja, aber zu groß. Der ist zu groß. Ist zu groß. Ja. Oh, das ist zu groß. Aber dann glaube ich an den alten Satz, Scherben bringen Glück. Vorsicht, nicht schneiden. Sehr, 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 sehr. Herr Kostelani. Das würde ich Ihnen auch empfehlen. Das war ein wunderbares Erlebnis, dass wir Sie hier zu Gast haben durften. Das ist sehr leicht. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Januar 2000 erinnern Sie sich. Jawohl, wir werden es nachlesen und dann sind Sie wieder bei uns. Ich danke Ihnen. André Kostelani und der Eichstabino Zauer. Bis dann. Vielen Dank. Da haben Sie es auch mal gesehen. 91 Jahre alt, meine Damen und Herren. André Kostelani. So fit. So schnell. Eine großartige Leistung. Ein sehr, sehr beeindruckender Auftritt. Jetzt.